Was geht ab, Leute? Jeder Satz, der anfängt mit Ey, hast du einmal kurz Zeit? Wir müssen mal miteinander reden. Kann nur richtig schlecht enden. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, mit dem Pokémon-Drama, dann erzähle ich euch das nämlich. Ey, das ist... Bruder, es ist einfach so schlimm, so cringe. Deswegen lebt euch zurück und zieht euch einfach mal diese Geschichte rein. Es ist einfach so geil. Von dem Editor von Pokimane. So, ich bin gespannt. Hier habt ihr den Clip, Leute. Hier habt ihr den Clip. Man, ich bin orientiert, reißabend. Es war ein Editor, in particular, den ich mit sehr viel arbeiten würde, weil seine Edite waren wirklich, wirklich gut. Aber er hatte ein wichtiger Problem, das war, dass manchmal, aus keinem, seine Videos würden nur eine Woche oder zwei abends. Monate gehen und er meinte mich aus dem Blumen und er sagt Hey, do you have time to talk? Also, ihr habt jetzt gehört, ihr Editor hat gesagt, ja, ich hab ein paar Verspätungen und ich möchte gerne mit dir reden. Nach ein, zwei Monaten, ne? Und jetzt kommt aber das Beste, warum er nämlich diese Zeiten von den Videos nicht eingehalten haben, obwohl die so gut waren. Und als ich das gehört hab gestern, ey, ich konnte nicht verstehen, was ich gelesen hab, weil das ist einfach nur fucking creepy, aber irgendwie hab ich mir da schon gedacht, dass irgendwie das so sein kann. Naja, ey, es ist, es ist einfach so geil. Leute, es geht los, Alter. Ach, du Scheiße. Ja, Leute, hier habt ihr's gehört, warum der Editor von Pokémon die Videos später immer gemacht hat und er so lange gedauert hat, ist, weil er fünf gegen Willi gespielt hat, er hat die Anaconda gestrokt zu Pokémon Gaming-Videos. Der WTF ist verkehrt mit der Welt, Leute, also, jetzt mal ohne Scheiß. Warum? Er ist einfach so ein Discord-Mod. Bester Mann, der Editor, wenigstens hat er es gesagt, aber wenn du genattet hast, kannst du doch die Videos weitermachen oder nattet er sich dann den ganzen Tag ein auf Pokémon und dann dauert das halt. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung, es ist einfach nur creepy und ja.